Es ist ein großartiges Gefühl, von anderen Menschen gebraucht zu werden und helfen zu können. Mein Name ist Christine Reinecke, vom Dienstgrad bin ich Oberfeldwebe und bin gelernter Rettungsassistentin. Ich war schon immer ein Mensch, der strebsam ist, der ehrgeizig ist. Für mich war es so wichtig, dass ich nicht stehen bleibe. Die Bundeswehr bietet mir die Möglichkeit, mich zu verändern. Ich bekomme meine Lehrgänge, meine Ausbildung. Das ist natürlich ein krisensicherer Arbeitsplatz. Momentan bin ich im Stabsdienst eingesetzt. Das ist eine Bürotätigkeit. Ich organisiere, plane zum Beispiel Ausbildungen für die uns unterstellten Soldaten. Nebenbei führe ich Ersthelferausbildungen durch. Dann bin ich im Sand-Unitätszentrum eingesetzt, wo ich den Routineablauf in einem Sandzentrum unterstütze. Dann führen wir noch standortärztliche Bereitschaften durch. Nehmen wir mal die Flugunfallbereitschaft. Wenn es zu einem Flugunfall kommen sollte, dann werden wir alarmiert. Das, was ich jetzt bekomme an Gehalt, ist natürlich viel mehr als das, was ich damals als Arztlärmung verdient habe. Das ist natürlich ein großer Sprung. Das ist mehr als das Doppelte. Mein Auftrag in der Rettungskette ist es, die verwundeten Kameraden aufzunehmen und zu transportieren. Während des Transportes werde ich sie medizinisch versorgen. Nach meiner Ausbildung zur Rettungsassistentin stand für mich schnell fest, dass ich in den Einsatz gehen wollte. Ich war 2008 im Kosovo. Dort führte ich einen Rettungsdrupp und war jetzt 2010 in Afghanistan, in Kunduz und führte dort auch einen Rettungsdrupp. Wir waren meist außerhalb des Feldlagers eingesetzt. Das heißt, dass wir meistens fünf Tage draußen andere Einheiten unterstützt haben. Wir sind nicht nur Sanitätssoldaten, sondern wir sind im Einsatz Soldat. Das Gefühl, gebraucht zu werden, ist sehr stark. Und gerade in solchen Situationen, wo jemand um sein Leben kämpft und wenn da nur der Ruf kommt, Sanni, ich brauche dich. Man sieht halt, dass das Leben in 0,0 ausgelöscht werden kann. Da weiß man, wie kostbar das Leben ist. Ich würde jederzeit wieder in den Einsatz gehen. Ich bin Soldat mit Leid und Seele und ich kann mich voll und ganz damit identifizieren. Sie besitzen Führungsqualitäten und suchen neue Herausforderungen und Abwechslung im Beruf? Dann informieren Sie sich über Ihre Karriere als Feldwebel bei der Bundeswehr. Bundeswehr – Karriere mit Zukunft